Gabana Salty Skaliwag Hallo Hallöchen, da bin ich wieder Allpig Ranked Genau Und Junge, Junge Ich weiß nicht, Lancer Tinker Jungle, genau Hold auf der Offlane Razor Ich brauche nur das Level 6, um zu farmen Beim Shadow Charming Ein Kreuzritter Level Stufe 5 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 Was ist das? Vielleicht hätte ich Lancer tatsächlich... Oh nice! Offlane Zeus, Offlane Tinker mit Shadow Charm? White King Safe Lane? Wer kommt noch mit auf die Safe Lane? Troll? Irgendwie sowas? Was denn Bullshit? Der hat doch geschrieben! Spät mein Freund! Spät! Spät! Na, FK, 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 was auch immer! So, wie ihr merkt, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, weil ich... Denn ich habe heute... Ups! 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Spiele gespielt! Und das ist Nummer 12 für heute! 14! 14! Wenn du... Ähm... Wenn man... Dings mit zählt... Äh... Gestern Nacht... Das ist schon nicht schlecht! Ich weiß aber gar nicht, was meine Win Rate heute war... Sekunde, ich kann es ja nachgucken... Äh... Und zwar hier... Und ich bin 6, 6 im Moment! Doof, dass ich die... Äh... Gruppenranked nur... Zumeist jetzt gewonnen habe... Glaub... 3? 2 oder 3? 3? 30 Sekunden... Wie lange hast du nicht gespielt, Dota? Raze! Dein König ist hier! Es ist sie! Dein König bewegt von seinem eigenen Recht! Komm schon! Dann... Hm... Äh... Ja... Nein... Warum läuft der da rum? Wir sind in der Welt! Es ist dein Reich! Oh, oh... Ich hab's noch geschafft! Oh, ich hab's noch gerettet! Wow! Hätte nicht gedacht, dass ich das hinkriege! Äh... Nicht für das Leben! Dang! Wo kommt die... Ah... Shit! Okay... Bleib doch da! Verdammte Axt! Ach... Ach... Scheiße! Achso! Hier baue ich ja jetzt auch eine Battle Fury! Das war ja mein neuer Bild! Dang it! Genau! Bully die mal ein bisschen aus der Lane! Das wäre sehr hilfreich für mich! Das wäre sehr hilfreich für mich! Ah... Shit! Das wäre sehr hilfreich für mich! Hm... Hm... Wird ja mal behaupten! Hm... Hm... Oh! Oh! Scheiße... Fack, man! Ist das jetzt dein Ernst? Ah, fuck. Das gibt mir zwar gerade eine Menge Erfahrung, vor allem, weil Shadow Charming einfach gar nicht da ist. Und Draw und warum? Oh, er bo... Das ist interessant, der hat die echt... Der hat die echt gebohrt, die blockt und die hat nichts gemerkt. Ah, dang it. Haben wir einen Bloodseeker? Nein. Nice. Ah, shit. Hm. Shit, jetzt kriegt er volle Erfahrung. Ey, leck, nee. Oder kriegt er? Wenn er wegläuft, nicht? Ach, dang it. Kein Denei. Ah, schade. Ah, okay. Das könnte... Das könnte übel ausgehen. Ah, TP, Stun... Oh, doch, ein Stun hat sie. Öh. Ich war ekelhaft. Warum muss ich eigentlich im Moment so viele Dangos nachkaufen? Nicht gut, wenn er... Wenn ich aus der Lane rausgehalten werde. Ah, dang it. Ja, mit dem Dämmich musst du aufpassen. Da killt deine Clarity auch. Hm. Ah, okay. Das ist nicht gut. Ah, okay. So geht das auch. Oh, shit, man. Ah, dang it. Das ist nicht gut. Ah, okay. Daaang. Du bist vor mir. Du bist vor mir. Du bist vor mir. Zum Glück nicht viel. Das war kein Genai für mich. Schade. Sehr schön. Dang it. Äh, Andaiing ist zurück. Okay. Okay. Ich hab noch volles Leben. Schade. Und wieder Mana. Ah. Okay. Draw. Gut. Acht hat er mich schon wieder gezogen. Das ist einfach nur das kleine Problem, dass ich mich nicht sehen darf. Missing, Niko. Du bist in meiner Presence. Ah, ha, ha, ha. Raze. Dein König ist hier. Jinka ist level voll. Okay. Jinka, kannst du auf dem Job? Oh! Nein! Nein! Oh shit man! Okay! Nice! Ah! Ah! Komm schon! Oh! Okay! Okay! Das hat Zeus nicht verdient. Würde man sagen, Tinker hat gerade ein kleines Problem mit seinem Leben. Hm. Dang it. Okay. 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 Hä? Was? Oh! Okay. Ich sehe es. Komm schon. Komm schon. Rockets. Laser. Oh! Jetzt haben wir... Sehen wir ihn. Oh! Jug ist tot. Jug ist tot. Das ist sehr gut. Oh! 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 Block! Block! Ja! Hm. 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 Das heißt, ich kann farmen oder pushen. Oh. Undine geht mal wieder ran. Hm. Ah. Ah. Prostrate yourself. Waps. Hm. You are in my presence. Let me a treatment. Shit, die haben einen... Gottverdammten Ward. Ich hab nicht genug... Oh! Oh! Shit! Oh! Nice! Ah! Ah! Das ist nicht witzig. Aber ich hab vergessen, ich mein Ulti hatte verdammte Angst. Das ist nicht... Okay. Ah, dieser Slow. Und ein Drawer sind zurück. Ich habe jetzt 150 Sekunden lang keine Ulti. Oh, ich kann mir daraus den Stab zusammensetzen lassen. Ich bin ja auch doof, dass ich den nicht hole. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Slow. Fuck. Ah, dang it. Blightstone, das war's. Ah. Tinker Level 8? Ah. 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 Tink. Ah, komm schon. horse. Krank prosecutor. Red D, wir sehen noch nix mehr. Es gibt nicht mal Kohle! This Ash is coming. Oh! More, more death. Oh! Oh, Viserge ist eingeschlossen. Hm. Lecker mio. Das ist nicht gut. Ah. Kam schon... Fünf Stück. Auf geht's, Jungs! Zeig mal, was er könnte und wie sehr er stoppt sie. Naja... Ein bisschen Tower Damage machen sie schon. Eventuell. Das wird schwierig werden. Oh! Oh! Dang! Ich glaub, der hat gewartet. Ich glaub, der hat das Haus getötet. Ich glaub, der hat das Haus getötet. Ich glaub, der hat das Haus getötet. Nicht gut. Ah, dang it! Komm schon. Tinker ist bei uns. Tinker ist bei uns. Ich wollte schon sagen. Wow! Shit! Nah! Ohhh fuck off. Could you please help? Vielleicht geht der für ein Diffusal Blade, das wäre echt übel. Dann müsste ich nämlich auf Mana Kosten Reinkarnation gehen. Jetzt hat er ein Diffusal Blade. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gut. Stimmt, es kann gut sein, dass die hier gewardet haben. Deswegen würde ich mal da einen hinsetzen. Sicher ist sicher. Nicht, dass sie uns da überwachen. Wer wo farmt, dass sie angreifen können, wenn da irgendwer ist. Okay. Normalerweise ist da entweder einer oder keine. Ah, es sind genug, um schon mal eine Menge Ärger zu machen. Oh, shit. Tinker ist tot. Warte mal, wo sind denn meine Skelette allesamt hin? Komm schon. Oh, da sind sie doch. Hä? Doom haben sie auch noch. Oh, scheiße. Im Ernst? Ach, ich wollte schon sagen, einen Scan haben wir doch gar nicht mehr. Ich würde mal behaupten, der hat da gewardet. Ich drauf komme. Einfach so. They warded Bots Fountain. Dafür haben sie Doom erledigt. Hm. Bro. Können wir mal sehen. Ob wir den Shit nicht die warden können. Sag bloß, die haben hier... Die haben hier gefarmt, die Drecksäue. Nichts? Im Ernst? Juggernaut ist wieder tot. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ähm. Genau. Der verfolgt Draw. Oh, Shadow Find ist natürlich jetzt sichtbar geworden. Das ist ärgerlich. Wir haben halt Tinker. Und gleich... ...haben wir auch noch mich. Doom will nicht. Kann ich verstehen. Hm. Sollen sie nicht wollen. Oh, Tinker, pass auf. Ich hätte da bleiben können. What the heck? They are stupid. They don't look bored. They are stupid. Schön. Mini-Dooms. Komm schon. Okay. Sie haben Juggernaut. Wir haben... Push, den sie nicht aufhalten? Ich weiß auch nicht. Ähm... Die halten das echt nicht auf. Doch, jetzt. Hm. Und jetzt... Siehe das Wunder des... Battlefury Waking. Ups. Ah, shit. Ah. Shit, man. Oh, shit. Oh, shit. Ich kann... Oh, Glück gehabt. Fuck. Ähm. 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 Okay. Läuft eigentlich ganz gut. So, danach ein Heart. Mhm. Oh. Das ist jetzt euer... Der ist so schade. Der ist so stark. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich kann da nicht allein hin. Ich bin immer am besten. Der hat seine Probleme mit Draw. Das glaube ich gerne. Fuck. Ist das jetzt dein Ernst? Okay. Ich bin nicht der richtige Konter für Juggernaut, Visage, Doom Und ein Ganz Bagage Netter Versuch Aber Das War nix Dankt Wenn du so lang genug Halten kannst Ich hab leider Keinen Blink Die werden dahinter rauskommen Was war das denn Okay Das ist kein Problem Oh Shit Will der mich echt Komm schon Komm schon Komm schon Ah Fuck off Junge, Junge Das war knapp Das war knapp Das war knapp Junge, Junge Junge, Junge Juggernaut Das ist noch ein Problem Deswegen hätte ich eigentlich erst das Heart gerne Aber das Problem ist dann wiederum Während ich mir das Heart zusammen Ich mein Ich bin genial schnell Das muss man schon dazu sagen Aber Selbst das Genial Schnell hilft nicht Okay Okay Ich schicke ich einfach mal die drei los Äh Ja Hm Das kann ich dann wohl verkaufen Bin genau durchgelaufen Keine Respawn Oh ja Oh 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 Shit Shit Oh, yes, hat er verloren. Nice. Er hat ein Gem. Okay, die kriege ich hin. Okay. Hm. Ha, 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 ha. 500. Ah, da ist nichts mehr. Okay. Pushbot. Okay, er ist Vanguard. Okay. Ich habe vielleicht die falsche Entscheidung getroffen. Mit Juggernaut hatte ich bisher eher weniger Probleme. Okay. Hm. Jupp. Oh, lauft doch nicht. Oder vielleicht doch. Hm. Oh, da müsste ich jetzt noch mal ordentlich Last Hits gemacht haben. Hard Vanguard ist die Frage. Ich habe wahrscheinlich physisch. Das meiste ist physisch. Ich würde mal behaupten. Vanguard wird nicht schlecht sein. Und dann hier Assault Curse oder so. Noch ein bisschen mehr Wumms. Okay. Nice. Nicht schlecht. äh ok doom doom wer ist mit doom hm ok dann nicht doom wird auf jeden Fall nicht mehr herkommen oh Tinker ist tot hm juggernaut ist bot Veserge ist mit tis your honor einmal killen schön und gut zweimal killen wird schwierig vor allem wenn ich ein heart habe trotzdem geh ich jetzt mal zurück sicher ist sicher ow dang it ow shoot da hätte Veserge wohl nicht mit ok 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 toys buyback doom hm 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 oh 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 okay oh 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 Ahhhh. Ahhhh. If I have them here for two minutes, can you please f- push? Somehow? Somewhere? Das kann doch nicht sein, ey. Dass ich das nicht hinkrieg. Gott, das ist... Illusion ist ja tankier. What the hell? Komm schon. Nice. Someone on board? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Tinker hat ein Problem. Okay. Tinker hat ein Problem. Draw ist tot. Draw ist tot. Das ist sehr gut. Shadow Find ist hinter denen her. In this go. Echo Subber habe ich rausgetan. Deswegen bin ich so langsam. Okay. Andeigenwissage. Die kriege ich beide kaputt. Komm schon. Oh, der Fountain. Okay. Was? Nein. Ahhhh. Sie holen sich die Creeps. Sie holen sich die Kräte. Oh shit. Ja, das ist nicht möglich. Oh shit. Jägen. Sie lernen. Hat sich die Kräte. Sie lernen aus. Komm schon. Gleichzeitig. Ja. Ja. Äh. We can get it. Don't give up. Ah. Oh, ja. Das würde helfen. Abyssal Blade. Das wird. Hoffentlich. He wants to farm. Behältst du ihn doch mit seiner Ulti? Ah. Shit, man. What the fuck? So. Oh. Whoa, shit. Whoa, 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 whoa. Komm schon. Help me. Ahhhhhhhhhh. Why the help is no help there? Really? 11 mal gestorben. The Bittericks are under attack. Over here. The Bittericks are under attack. Fuck man. Top. Komm schon. Ahhhh. Falsche Reihenfolge. Tut mir leid das sagen zu müssen, aber das war die falsche Reihenfolge. Ähhhhh. Blathorn. Das wäre was. Falsche Reihenfolge. I have 3 Dudes and nobody is helping me. Falsche Reihenfolge. Fuck. Falsche Reihenfolge. Ah Nice suicide Ah Oh Mann, wirklich jetzt. Alles, was ich da auch machen kann, ist hin und Oh, stell dich ganz hinten hin. Dang it. Das ist das Problem, wenn man so spät spielt. Entweder man hat so ein... Mein Spiel war nicht schlecht, das muss man schon sagen, aber... Weißt du... Wenn die nicht immer zu dritt auf mich drauf gegangen wären... Dann hätte ich auch noch irgendwie eine Chance gehabt, aber... Nein. Lieber mit drei Mann auf dem Weight King drauf. Ich meine, da haben sie auch recht, aber... Dass dann kein Backup kommt, weißt du... Nein, die sind alle auf dem Weg dahin gestorben. Tinker, so wenig Farm? Wie geht das denn? Moment. Tinker, 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 tinker. Hm. Den Sol Ring hätte mal gegen den Hex tauschen können. Pfff... Und das wird positiv gewertet. Äh... Ja, weniger. Ne, für heute reicht's. Not. Hab heut genug verloren. Ja, bin auch wieder unter die 1000. Jaja. Pfff... Scheiße... LOOK... 力hes... itís... Mayden... Muss das wirklich sein, dass da eine... Ah... 400 Punkte verloren. 450, vielleicht mehr. Das ist so lächerlich. Na gut. Das war's dann für heute. Sehen wir uns morgen wieder. Oder in der nächsten Folge. Ciao.